Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Die irren Momente gehen nicht weg und ich würde sagen, eine Insel in Europa hat den eigenen neuen Schlumpfmoment gewonnen. Warum Schlumpfmoment? Weil ich an Loretta denke. Aber das ist ein Knaller. Junge zwölf von Antiterrorbeamten verhört, weil er es gibt nur zwei Geschlechter sagt. Ein zwölfjähriger Schüler aus England wurde von Beamten des Antiterrorprogramms Prevent vernommen, nachdem er in einem Video erklärt hat, es gäbe nur zwei Geschlechter und nicht binär existieren nicht. Die Schule hat den Junge daraufhin bei der Antiterrorbehörde Prevent gemeldet, aus Angst vor einer möglichen Radikalisierung. Alter, das ist so irre, auch gerade wenn du als Deutscher diesen Artikel liest, wo hier die elf- und zwölfjährigen andere abstechen und frei rumlaufen. Völlig irre, aber es ist wirklich meiner Ansicht nach ein Loretta-Moment. Ein zwölfjähriger Schüler im britischen South Tyneside wurde vom Extremismusermittlern befragt, nachdem er in einem Online-Video erklärt hatte, dass nur zwei Geschlechter gibt und nicht binär nicht existieren. Ich fürchte, das kommt weltweit, dass du dafür bestraft wirst, wenn du die Wahrheit leugnest. In Anführungsstrichen. Jetzt, ihr wisst, was ich meine. Das hat sehr orwellische Züge. Das kommt bei uns auch noch. Wartet mal ab. Interessant. Ein Zwölfjähriger weiß schon, dass er schwul ist. Mit zwölf. Gut, ich stelle jetzt keine Fragen an der Stelle, die wir leben halt auf einer Insel. Laut dem Bericht der Daily Mail wurde der Junge daraufhin von seiner Schule an das sogenannte Prevent-Programm des Innenministeriums gemeldet, dass eigentlich der Terrorismusbekämpfung dient und Radikalisierung frühzeitig kennen soll. Ach, ja, also, gibt kein Zweigeschlecht, ist natürlich kurz vor Bombenlegen, ist klar, das ist ganz nah dran. Die Lehrer seien empört gewesen über den Inhalt. Sie sagten, es besteht die Gefahr, dass sie sich radikalisieren, wenn er 13 Jahre alt wird und auch das Recht auf eigene Konten in den sozialen Medien hat. So die Mutter des jungen Gegenüber der Daily Mail. Nein, nachher macht er einen kritischen Content-Kanal auf und ist irgendwie anti-queer. Das darf natürlich nicht sein, wenn Leute selber denken und die Wahrheit sozusagen der Regierung anzweifeln. Da siehst du aber mal wieder, was das für Arschgeigen sind als Lehrer, oder? Also mal ganz ehrlich, das ist wirklich unfassbar. Die müssen ja auch völlig politisch ideologisiert sein, die Leute da. Die Mutter beschrieb das anschließende Treffen mit Prevent-Beamten und der Polizei als Verhör. Die Beamten hätten eine Reihe von Anschuldigungen aufgelistet, um zu zeigen, dass ihr Sohn gefährdet sei, radikalisiert zu werden. Aha. Pass auf, es wird noch besser. Dazu gehörte auch, dass der jüdische Junge, Nazi, die sind auch voll Nazi, die Briten, dass der jüdische Junge gesagt haben soll, die islamistische Terrororganisation Hamas solle ausgelöscht werden und dass er Mobber an der Schule ausrotten wolle. Uh, das ist allerdings schon nicht ganz so nett. Das gebe ich zu, das mit den Mobbern jetzt, ne? Aber das war sehr bösartig von mir. Ich meine natürlich, insgesamt war das nicht nett. Hier auch nie offen. Er soll nach eigenen Aussagen von Mädchschülern mit rassistischen Beleidigungen attackiert worden sein. Der Junge wurde zudem nach seinen Social-Video-Aktivitäten und Musikverlieben befragt. Was war das, Lippenort? Auch eine Spielzeugarmbrust? Nochmal. Auch eine Spielzeugarmbrust, die der Zwölfjährige zuvor in einem Video gezeigt hatte, wurde als mögliches Indiz für eine Radikalisierung gewertet. Ei, 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 ei. Eine Spielzeugarmbrust, meine Güte. Also, Ironie oft, ne? Ja, ähm, wissen die Briten, wie gut die es haben? Also, der hat eine Spielzeugarmbrust und sagt was. Hier stechen die kleinen Kinder zu und machen andere tot und schmeißen sie dann ins Hafenbecken. Wie im Falle des Obdachlosen. Und laufen frei rum. Ne? Also, vielleicht sollte man den Briten mal einen heißen Tipp geben, wie es auch laufen kann. Die Mutter des Jungen kritisiert die Schule und die Behörden scharf. Antisemitische Vorfälle an der Schule würden nicht annähernd so hart verfolgt. Wir denken, dass er ins Visier genommen wurde, weil die Kinder glauben, dass schwule Menschen die Transgenderideologie unterstützen, folgert die Mutter. Das Prevent-Programm wurde 2003 von der damaligen Labour-Regierung eingeführt und ist Teil der britischen Strategie zur Terrorismusbekämpfung. Es zieht eigentlich darauf ab, Menschen davon abzuhalten, in den Terrorismus abzurutschen. Ja, das war natürlich bei einem 12-Jährigen dringend notwendig. Mich füllst das Verständnis zu. Hauptsache gegen rechts. Oder so. Ach, ne, das war die deutsche Antwort. Ich weiß nicht, ob es auf der Insel auch gilt. Aber so wäre es hier gewesen. Von daher, bei hier hätte man gesagt, alles völlig in Ordnung. Ist doch nur eine Gefährderansprache. Tja, bin mal gespannt, wie das in der Presse da hochkocht und was ihr dazu sagt. Ich würde mich über Kommentare freuen und auch wenn ihr das Video teilt. Wir sehen uns. Auf bald.